Frisch aus China bei uns eingetroffen, das Number One S6i Plus. Das ist der allererste Klon der Samsung Galaxy S6 und diesen packen wir heute gemeinsam aus. Number One ist sehr bekannt für ihre Samsung-Klone und so haben sie schon diverse Galaxy-Geräte geklont. Das S4, das S5, auch das Galaxy Note 4 war dabei und alle sahen sehr, sehr ähnlich aus wie das Original. Allerdings kamen sie zu einem sehr günstigen Preis auf den Markt und so ist es auch hier der Fall. Das Number One S6i kostet gerade mal 119 US-Dollar in China und das ist wirklich ein extrem guter Preis, wie wir gleich sehen werden. Wir haben hier Android 5.0, nicht 5.1, also halbwegs aktuell, dazu den Mediatek MT6582 Quad-Core-Prozessor, 4 Kerne, 2G, 3G, allerdings kein LTE, bei dem Preis auch nicht verwunderlich. Vorne eine 5 Megapixel Kamera, 16 Megapixel hinten, 5 Zoll HD Display, allerdings natürlich nicht so hochauflösend wie beim Galaxy S6. 1 GB Arbeitsspeicher, 16 GB Speicher eingebaut und der lässt sich nicht erweitern. So, das sind die technischen Daten, wie gesagt 119 Dollar, aber der Euro-Kurs ist ja so ungefähr fast 1 zu 1 und so kann man das ja auch mal übersetzen. Schauen wir uns das Gerät einfach genauer an und auf den ersten Blick, es ist schwerer als sonst die Number One Geräte, finde ich. Fühlt sich gut an, lege ich ganz kurz zur Seite. Wir kommen gleich da nochmal zurück. Erster Eindruck wirklich sehr, sehr interessant. Was haben wir hier noch in der Box enthalten? Ein Ladegerät, schauen wir mal rein, sieht schon sehr nach Samsung aus, allerdings ist es etwas schlanker, habe ich den Eindruck. Wir haben hier einen Output von 5,3 Volt, ungewöhnlich, sonst sind es 5 und 1000 mA. Okay, ist also nicht gerade der schnellste Adapter und dazu kommt noch ein schickes Ladekabel, Micro-USB auf USB. Ja, ist jetzt nicht die hochwertigste Verarbeitung, aber geht in Ordnung. Und dazu gibt es eine Bedienungsanleitung auf Englisch in winzig, winzig kleiner Schrift. Ohne Brille wird das schon mal schwer, das Ganze zu lesen, würde ich sagen. So, kein Chinesisch, nur Englisch, das ist schon mal ganz gut. Legen wir alles zur Seite und schauen uns endlich das Smartphone an. Ich schalte schon mal das Display ein, damit wir uns das auch gleich betrachten können. Aber zunächst gehen wir einmal um das Gerät herum und ich muss sagen, so vom allerersten Gefühl, ich könnte es nicht unterscheiden. Wenn ich die beiden Geräte nicht nebeneinander hätte, habe ich jetzt in dem Fall nicht. Ich könnte sie blind nicht unterscheiden. Das fühlt sich einfach super verarbeitet an. Dazu dieses Aluminiumgehäuse, das ist wirklich fast 1 zu 1 wie beim Galaxy S6. Wir gehen hier einmal rum. Hier sind zwei Tasten, ein guter, solider Druckpunkt, nichts wackelt oder knarzt. Auch hier diese Einkerbung ist vorhanden. Wirklich sehr, sehr schick, fühlt sich sehr solide an. Unten die gleichen Anschlüsse, auch hier diese Bohrung für den Lautsprecher. Auf der rechten Seite SIM-Karteneinschub. Power-Taste, ziemlich angenehm. Auch hier hat man sich sehr an das Galaxy S6 gehalten. Und wir sehen auch oben ein Mikrofon und ein Infrarot-Port, um damit natürlich den Fernseher oder was auch immer zu steuern. Rückseite, auch hier hat man darauf geachtet, Glas zu verwenden. Also vorne und hinten ist Glas, allerdings wahrscheinlich kein Gorilla-Glas. Wir haben hier die 16-Megapixel-Kamera, einen LED-Blitz. Und was sehen wir hier? Das sieht stark nach einem Pulsmesser aus. Also auch darauf hat man geachtet. Und wie man sieht, das scheint hier, ja, schimmert so ein bisschen im Licht. Also auch schön angeschliffen. Und ich muss sagen, die Verarbeitungsqualität ist extrem gut. Es fasst sich sehr hochwertig in der Hand an. Ist nicht zu schwer, nicht zu leicht. Hat ein sehr, sehr hochwertiges Feeling. Und ja, ganz ehrlich, ich könnte hier auch mit dem Buckel, die haben wirklich auf alles gehartet, damit dieses Smartphone sich anfühlt wie ein Samsung Galaxy A6. Wirklich sehr beeindruckend, wenn man das in der Hand hält. Ja. Solange man das Display nicht anschaltet, sieht es wirklich aus wie das Galaxy A6. Denn genau dann merkt man, das Display ist natürlich nicht ganz so blickwinkelunabhängig. Wir haben hier eine geringere Auflösung mit 1280x720 Pixel. Dadurch sind Schriften etwas körniger, wenn man etwas näher an das Display rangeht. Und das Display ist auch nicht laminiert. Das heißt, da ist so eine kleine Luftschicht. Und dadurch reflektiert es halt deutlich stärker. Schauen wir uns ganz kurz die Benutzeroberfläche an. Und da sehen wir eine Art TouchWiz, wie man es auch von Samsung Smartphones kennt. Wischt man nach rechts, dann haben wir hier Flipboard. Und zwar das originale Flipboard, das ihr auch sonst im Play Store runterladen könnt. Wir gehen hier in die Apps. Da haben wir wirklich die gleichen Icons zum Großteil, wie auch bei Samsung Smartphones. Allerdings ist das Ganze hier ein bisschen, ja nicht ganz so flott, so gefühlt zumindest. Ja, man sieht, die Wischgesten funktionieren nicht immer ganz perfekt. Wischt man drunter, dann hat man hier auch die Schnelleinstellung und kann hier den S-Finder und so weiter benutzen. Wobei der hier natürlich nicht original ist. So, gehen wir in den Browser, testen so ein bisschen die Browser-Performance. Man sieht hier, das ist auch nicht der original Samsung Browser. Also, schaut man genauer hin, dann erkennt man schon, dass es nicht ganz so das Gleiche ist. Auch hier die Icons auf der linken Seite, die sind hier so ein bisschen nach links oben gerückt, obwohl ich hier eigentlich noch Platz wäre. Die Kamera ist natürlich nicht ganz so gut. Wir haben hier eine 16 Megapixel Kamera und ihr seht, die löst auch ein bisschen langsam aus. Wenn ich da auftippe, da ist das Galaxy A6, aber umwelten schneller. Und hier haben wir noch ein paar Modi. Also, schaut man genauer hin, dann erkennt man auf jeden Fall, dass es ein Klon ist, auch an dem fehlenden Logo. Ich muss ganz ehrlich gestehen, würde man mir das No.1 S6i in die linke Hand drücken und in der rechten hätte ich das S6. Und beide Augen wären verbunden. Ich könnte sie nicht unterscheiden. So gut ist dieser Klon. Natürlich sieht man an den Logos, dass es nicht das echte S6 ist. Aber vom Gefühl her, von der Verarbeitung her, ist es wirklich ein sehr perfekter Klon und das Ganze für 119 US-Dollar in China derzeit erhältlich. Das war das Unboxing zum No.1 S6i. Meine Frage an euch lautet, würdet ihr euch das No.1 S6i oder das originale Samsung Galaxy A6 kaufen? Schreibt doch mal unten einen Kommentar. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ansonsten heißt es wie immer, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Daniel von Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Daniel von Mobile Geeks.